Heyo zusammen, willkommen zu Let's Play Total War Warhammer 2. So, ich hoffe die Sound-Einstellungen passen, auch sieht aber gut aus. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, deswegen mal gucken, wie es jetzt so ausschaut. Oh, ich bin noch weit wert. Also mit der Nahrung, ich muss echt gucken, dass ich viele Nahrungsgebäude baue. Um den 15 Nahrungsgebäude hier fertig zu kriegen. Aber okay, so ist es halt. Wir haben hier eine Schlacht zu schlagen, die böse aussieht. Aber ich glaube, eigentlich ist das gut machbar, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, das dürfte nicht so schwer sein. Gehen wir mal rein. Er hat viele Low-Armor-Irgendwas. Die sind gefährlich, die Wächter der Tiefe aber. Ja. Da gucken, hier Explosionsschaden, die Katapulte, die müssten schon machen. Die Kanonaden sind gefährlich. Ich habe halt kein Dings aus der Tiefe. Aber ich brauche die Nahrung, deswegen muss das jetzt ohne gehen. Was ich machen werde, ist, ich werde versuchen meine Truppen in dem Wald zu verstecken. Die Katapulte vorne, dass sie hier drauf schießen können, wenn sie durch die Enge gehen. Das ist mein Plan. Und sobald die Gegner dann am Aufstieg sind, sich die Katapulte zurückziehen nicht. Ich glaube, ich stelle mich hier so auf. Hier so. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss mal schauen. So. So zum Beispiel. Irgendwie. So. 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 noch eine Truppe hatte ich irgendwie hier so... Und eine irgendwie so da so... Und... der Rest... Kann sich dann zurückz穿... Genau, wir haben hier noch einen... sehr guten, ah ja der kann ja auch ein paar leute rufen hier die haben wir die explosion drin ok ja gar nicht schlecht, dann bleibt der vorne stehen der tankt ein bisschen der geht da hin, ist klar die verzupfeln sich mal ein bisschen ah die schießen jetzt schon, ah super so, wir wollen mal sehen was sie treffen so, der, der movt mal so ein bisschen hin und her einfach in der hoffnung die kanonen bissel abzulenken so, ihr dürft schon wieder feuern macht's, macht's doch nicht das ist gefährlich, der leviathan komm schon ihr dürft, ihr dürft feuern also feuer doch bitte ne, ok macht bisher noch nicht so viel schaden hier die werden angegangen dann ziehen wir die jetzt auch ein bisschen zurück ich könnte natürlich seine mörder angreifen ja, aber es müssen glaube ich jetzt halt nicht so so, die wächter der tiefe sind natürlich gefährlich ja, da muss ich mich zurückziehen oh ja so, schauen wir mal ob er die wächter der tiefe hier weg bekommt hier ist ne horde den würde ich einfach mal entgegentreten das können wir nämlich ganz gut machen ich kann die nämlich ganz gut machen so ok dann ziehen wir die wächter nach vorne die gehen da so hin die gehen da hin so so du kannst ja hier so mit einer explosion was machen das würde ich gerne mal sehen was das bringt so können wir gut mit damage fahren ich geh mal hier hin du gehst da lang, du gehst da lang das passt einfach, dass wir die ein bisschen abfangen so ja, das Viech ist natürlich ganz gefährlich wenige Fähigkeiten? was war das? Klan-Dratten ja, wirklich Klan-Dratten wenn die Klan-Dratten hier ein bisschen damage fahren, dann passt das schon das ist gut so, was hat der noch? ein bisschen buffen schadet nicht schadet nicht noch ein bisschen buffen so gut du kannst da hin gehen die beiden können der ist eigentlich obwohl die können da hin gehen so die Katapulte kommen näher das heißt die können jetzt zerstören die Mörser das ist gut machen wir kaputt ich glaub das passt zu weit das Playclaw wird ein bisschen kaputt gemacht aber das geht genau ähm jetzt nimmt das Richter der Tiefe naja, passt mal auf das ist ja hier so gleich Zauber machen ok gut so, das eine Dingens ist kaputt gut machen wir mal hier ein bisschen das Feuer verteilen und da noch angreifen wieder sammeln sich ok ich glaub das schaut bisher ganz ok aus ich warte jetzt nochmal auf den nächsten schreibe ganz gut ganz gut dann kann man mal übern ist das Mario ah ja der kann den Mario angreifen ich bin jetzt ja dann greift mal den Mario an macht mal den Mario kaputt genau die zerfallen das ist egal Hier haben wir ein Problem Das gefällt mir nicht Da muss ich reagieren Ich werde hier natürlich einiges verlieren Das ist jetzt aber ein Wort Was geht da jetzt ab? Okay, der Gart So Ja, deswegen muss ich irgendwie tot bekommen Das wird schwierig Und ansonsten die Kanonaden noch So, du kannst dich um die Kanonaden kümmern Zusammen mit dem da Genau So, ich muss halt gucken, dass die Der Lediathan ist einfach saustart Da muss ich aufpassen Da muss ich halt die Bindung zerstören Um den zu vernichten Anders geht das nicht Ich kann jetzt hier nochmal buffen Bisschen So Sieht aber gut aus Ich meine ich verliere einiges Aber hier habe ich heute Total War Warhammer Wie heißt der? Legend hören lassen Hören Gehört Sagen hören Sorry Du spielst Gaden Dann Get rid of your filthy stuff So nach dem Motto Der eklige Scheiß muss weg Der widerliche Müll Hauen weg Und das ist hier einfach der Fall Planratten sind einfach widerlicher Scheiß Das muss halt weg Verlierst halt dran Macht jetzt Es ist okay, dass ich jetzt hier ein Beding nehme Ich meine ich gewinne das Ding Und als Belohnung Ja, das geht noch Playclaw War halt eine große War halt eine große Insel Großes Piratennest Aber Das sollte 20.000 wert sein Wenn es nur 8.000 sind Ist bitter Aber bei dem Das ist fast eine volle Armee Das müssten 20.000 wert sein Und das lohnt sich Wenn ich 20.000 bekomme Kann ich 8 Nahrungsgebäude bauen Also bis zu 8 Nahrungsgebäude Das sollte mir extrem weiterhelfen Schauen wir mal So Ihr könnt das Geld nehmen Schauen wir erst mal Wir kriegen Ein bisschen Nahrung Das hilft Geld Geld, ja Ich könnte wieder Geld nehmen Klar 6% ist zu wenig Nehmen wir das Geld Nehmen wir das Geld So 20.000 und Zepter stattdessen Das ist gut Beides gut So Ähm Gehen wir jetzt hier irgendwie hoch Sind wir jetzt an Land? Scheint so Na komm Okay Kann der sich allein bewerten? Der könnte Das Problem ist er könnte Ne ne da kommt er nicht Aber ganz im Ernst Es ist mir zu unsicher Äh Schönen Morthic hat einen Leveler bekommen Das Geld Und Das soll natürlich Gut der braucht noch 3 Runden ist aber in Ordnung Moment mal sind das die Ne ist ein Gruff Warte mal Das sind die Mörser Aber ich hab doch Mörser Todeswindkugeln Mörser Giftwindmörser Ah das ist ein Unterschied Todeswindkugeln Ähm Klaus Grier Mörser Gas frei Mh 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 Okay Ja aber ich muss ja sagen Ganz im Ernst Der kostet 300 noch was Der kostet 4 Ja wohl die sind so teurer Aber Es macht doch Sinn Dem ne gute Ah Das macht Sinn Okay Ich könnte jetzt hier ganz viel wieder bauen Aber ich brauche Nahrung Das wollte ich Unbedingt mal haben Dem Schredder Ne was ich haben wollte Genau hier die Gisels und der Klickern Und die habe ich jetzt Das passt Mäuerchens Sehr teuer Stufe 5 Geil Aber ich hab aktuell Nahrungsprobleme Wo ist So Und das obwohl ich hier schon Dabei bin Das heißt Ja Das macht 4 Nahrung Dann aber sehr stark entdeckt Ich gucke jetzt erstmal Ob ich irgendwo Noch die Low Hier zum Beispiel Low Nahrung Hier Ah guck mal Low Nahrung Bisschen Money Bisschen Money kann man nebenbei immer machen So Ansonsten Passt erstmal Gut Hier Nahrung Aber dann brauche ich auch Den Tunnel Aber das ist in Ordnung 20 60 Ja das sollte er nicht sofort schaffen Okay Hier gibt es ja nicht viel Geld Ne Okay Gut Das passt Hier In Lamia Nahrung Ich könnte sogar das Plünderlager bauen Aus lokalen Siedlungen Oh guck mal Der macht 15% Oh kriege ich das dann doppelt Oh das deckt ja geil hoch Ich glaube ich baue hier mal das Aber das kostet 80 Und ich bin schon bei Nur Ja ne das geht nicht Ich glaube das Plünderlager kann man nur in Verbindung mit diesen beiden Gebäuden bauen Und dann hat man noch Zeit für Also Platz für ein weiteres Gebäude Und das war's Aber das Plünderlager selbst würde sich jetzt nicht mal amortisieren Es wäre gut für die Nahrung Es wäre sehr gut für die Nahrung Aber Ja Ne Bauen wir das Nahrungsgebäude Das geht schon Das 5000er 420 Ich glaube das kann ich dann später bauen Jetzt guck mal erst mal Hier noch Ob hier noch irgendwo Nahrung geht Hier müsste ich dringend Einen Tunnel bauen Ist leider einfach so Und jetzt habe ich kein Geld mehr Für den Rest Na gut Geht jetzt einfach nicht anders Hier brauche ich noch ein Tunnelchen Und hier muss ich dann noch Nahrung und so weiter bauen Genau Hier stehe ich auch gut da Das hier ist mega stark Ich könnte natürlich das Ding wieder abreißen Aber ich möchte es auch Ein paar Labore hätte ich schon gern Bin ich ehrlich So Und hier unten Das schaut okay aus Obwohl es echt stacked ist Hier geht noch Nahrung Aber erst sobald ich einen Tunnel habe Da kommt noch Nahrung durch Da haben wir dabei auch noch ein Tunnel Hier könnte man noch Nahrung machen Und hier auch Okay Ja da haben wir nächste Runde ja was zu tun Ist ja ganz cool So Was holen wir uns Vielleicht einfach mal Das da Dann können wir das hier machen Ist gar nicht so schlecht Oder Einfach das ein bisschen mehr aushält Ist auch nicht schlecht Gut Damit sind wir fertig Die Katapulten sind ziemlich garbage Aber die anderen sind stark Ich kann mich hier hoch plündern Und Schaden machen Und bla 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 Mit dem bin ich noch nicht im Krieg Alles gut So Der will nicht handeln Ja und die mögen mich sauber viel Geld geben Okay Okay jetzt schauen wir mal auf Oh Oh nein 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 Was sollte das denn Ja gut dann gibt es weniger Geld Ja schade Ja das sind so Dinge die passieren dann Wenn man längere Pause hat Und ich hatte jetzt zwei Tage Pause tatsächlich Ich habe nicht anständig geguckt Ist natürlich doof Es macht meine öffentliche Ordnung kaputt Ja gut geht jetzt nicht anders Okay Das heißt ich wäre jetzt Ich muss mal gucken wo Haggreyf Können wir das mal schneller machen Wo Haggreyf am meisten Geld bekommt Und dann Kann ich da plündern Und einen Hinterhalt setzen Ich könnte auch doppelt plündern Das muss ich mal gucken Wie seine Armeen stehen Oder es geht Ich glaube die Chaoskrieger sind bald besiegt Wir halten das nicht lang durch Ist ja auch nur auf Sehr schwer Oder schwer oder so Ich spiele ja jetzt hier nicht auf Legendär Legendär wäre ein bisschen zu krass Aber das geht So Okay Ja 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 Die sind auch fast tostisch So Das hat natürlich jetzt drin Weh Clan Spittel So Wieso bin ich hier weggegangen Das hat so keinen Sinn gemacht Ich müsste Grimgorg Grimgorg angreifen Hier zum Beispiel Aber ist halt Kommt was wir Na gut Ähm Ne Dann gehen wir jetzt aber hier mal weiter Als das geht Wir können ja In Grimgorg Weitergehen Zack 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 Hier sind irgendwie zwei Armeen Ah ne Das eine ist ein Vag Ah ja Guck mal Wer hat hier Aber das ist egal Ist das Grimgorg Person Das ist der Persönlich Na gut Das wird spannend Schauen wir mal Unterstadt Dokkarats Nahrung Ich hab so Nahrungsprobleme Das ist echt heftig Krass Dabei müsste ich eigentlich Richtig gut mit Nahrung Dastehen Aber irgendwie Wird das immer schlimmer Generierte Nahrung 2 Ja Okay Na gut Ähm Schauen wir mal Doom Decay Doom Decay Ja So plündern Ja hier lauert an Da lauert das meiste Geld Okay Dann gehen wir jetzt so ein bisschen Da so hin Der auch Und Oder ich plündere Doppelt Ist die Frage Ob ich da noch doppelt Nahrung bekomme Das weiß ich nicht Damit der Armee Kann mir eh nicht gefährlich werden Die da hinten Die dürfte nie Rechtzeitig ankommen Ähm Ich muss nur aufpassen Dass ich nicht zu nah An die An die Stadt laufe Aber ansonsten geht das Dem würde ich natürlich gerne Alles wieder hoch machen Aber Ja Ja Also hier liegt eine Menge Geld Und auch ein bisschen Mager Oh ja Vor allem hier kann ich auch wieder Schön viele Unterstädte bauen Ich werde halt einfach nur durchplündern Ich gehe jetzt nach Schreckensfeld Die sind sehr stark Vielleicht gehe ich nicht Ich muss noch gucken Okay Ja mal schauen So der braucht noch ein bisschen Dann ist er fertig Mit denen bin ich im Krieg Aber wir könnten Frieden machen Wollen sie nämlich Ähm Was ich noch gerne machen würde Wäre Nochmal nach Gold fragen Danke Ja 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 Der macht mich ja gar nicht Aber das sind die Ja Aber du hast die Unperrishable Schade Ja Gut dann komme ich ans Geld nicht ran Dann warte ich einfach mal Die Nahrung ist halt echt bescheiden ne 6.000 Gold plus ist gut Aber das mit der Nahrung Ich hoffe Ich hoffe Ich kriege Die Nahrung jetzt hoch So Hat er Hackreif Hätt's irgendwas gemacht Ich weiß es nicht Ich mach mal Fenster auf Das ist sehr stickig hier Und dann mache ich noch ganz kurz die Tür auf Damit es durchlüften kann Weil irgendwie zieht Warhammer eine Menge Ressourcen und lässt meinen PC ordentlich rütteln Wie gesagt Das ist jetzt der neue PC Bisher läuft er auch ganz gut Ich hoffe der läuft 4-5 Jahre Oder länger Mal schauen Aber für Warhammer 3 sollte ich damit gerüstet sein Der hat das eine Geforce RTX 2060 Ghost Edition 32 RAM Ich glaube ne 9 9 i7 9900 F FK Irgendwie so Ja Schöne 2 TB Festplatte Die SSD ist mit 2,50 Und die ist auch 4 Jahre alt Aber sie läuft Wenn ich da nur die Windows-Programme drauf tut Dann passt das schon Bisher geht das So Garot Der hat 100 Dingens Das ist starr Aber Ich glaube dann nehmen wir jetzt das hier Weil die Die sind da halt immer Uhhh Ach doch So Wir können Ja, aber das gibt ja Geld Das hier gibt ja Geld Oh, Monstrositäten ist gefährlich Es würde aber Geld geben Ach, wir haben Friedensabkommen Ja Dann kann ich da herzlich wenig Geld machen Das würde ich jetzt aber einfach mal auflösen Tschüss Ähm Ok Ok Ich habe echte Probleme mit Nahrung Ich finde das krass man Obwohl ich 32 geplündert habe Das Tiefenreich braucht so viel Und durch Tiefenreich wird nur 28 gemacht Es ist schade, dass ich nicht sehe wie viele Tiefenreiche ich habe Da Da hätte ich halt gerne noch eine Eine Übersicht Die wir mal in der Tiefenreiche Habe ich aber nicht Gibt es nicht Nein, das ist schade So, das wäre dann vier Nahrung Aber ich gucke jetzt mal Ob ich woanders noch Nahrungsgebäude bauen kann Hier muss ich zum Beispiel Also hier irgendwo Also hier muss ich halt leider jetzt erstmal eine Höhle bauen Einen Tunnel Hier kann man noch Nahrung machen So, dann haben wir schon wieder kein Geld Krass Äh, gut Ja Hier geht irgendwann noch Nahrung Hier auch Aber da brauchen wir erst wieder die Tunnel Sonst wird es zu knapp Tunnel, Tunnel Ja 190 Das ist ja nicht sehr viel Na gut Ich habe echt krasse Nahrungsprobleme Ich könnte mal Das hier machen Intrige der Dominanz Die würde mir ein bisschen Nahrung geben Ich glaube die mache ich demnächst auch Ich könnte natürlich hier jetzt auf Nahrung gehen Dass ich sage Hey, wir machen mal hier weniger Steuern Ich glaube das mache ich jetzt auch Ich habe nämlich echte Nahrungsprobleme Und um die muss ich mich einfach kümmern Das ist wichtig So, hier zum Beispiel Jetzt auch nochmal Nahrung Würde ich aber eher hier hin bauen So Genau Jetzt haben wir hier die Nahrungsgebäude Okay Dann Oh ja, das würde ich sehr gerne einnehmen Ja, natürlich Nahrung ist ganz weit weg Interessiert mich Nahrung ist ganz weit weg Das interessiert mich nicht Belagerung fortsetzen Erstmal brauche ich hier die Erstmal brauche ich hier die Hallo So Ganz natürlich Ja, jetzt sollte er noch nicht blündern Genau So Pyros Sieg Aber da geht viel kaputt Ich kann mir das hier halt einfach nicht leisten Aber ich brauche es auch nicht Er hat nämlich nur einmal diese Speerschnitte schleudern Die können weit feuer haben Die kann ich auch kaputt machen Und sonst hat er nur Stuff Für auf die Mauern Dass die Katapulte alles so los sind, tut weh Aber jetzt greifen wir erstmal an Ja Wir greifen an Ähm Machen so viel Schaden wie geht Zur Not ziehe ich mich zurück Verliere die Schlacht Greif nochmal an Ich kann es schießen Das geht Aber jetzt schauen wir erstmal Vielleicht Klappt es ja Es ist doof, dass die anderen Katapulte so viel Schaden genommen haben Bei der Bei der Bucht Ähm, aber Ja, ist jetzt halt so Ich muss gucken, dass ich an die Nahrung komme Ich hätte nicht gedacht, dass ich so Nahrungsprobleme auf einmal habe Aber klar, jedes Gebäude Ähm Dass ich im Tiefenreich baue Kostet irgendwie Nahrung Und ich habe viele Gebäude dort Die mir Geld bringen und Nahrung kosten Muss man, muss man ganz ehrlich sagen So Okay Ähm Ist jetzt die Frage, was für Genau So So Ah, die können nicht so weit Ja gut dann Easy Die können nicht so weit Was sind die Schnitterspeerschleudern? Wie stehen die? Ja Ja, unproblematisch Äh, der R mal Der ist egal Kann man nicht Ihr bleibt bitte mal da so stehen Die kommen da hin Du kannst mit dazu Du kannst mit dazu Keiner, okay Gut Na ja, ihr könnt euch fies aufstecken jetzt Ich glaube eins fehlt noch Eins müsste noch fehlen, ja Eins müsste noch fehlen, ja Achso Einfach, einfach draufknallen Wum, wum So, da noch ein bisschen, ne Ich würde gerne mit einem ein bisschen weiter nach vorne gehen Einfach, dass ich mehr Sicht hab Auf den ganzen Bums Ja Genau So Gut Erstmal ist alle Munition, die ich hab wegböllern, ne Das ist wichtig So, wo ist Kroll? So So Weil jetzt seh ich hier auch ein bisschen was, ne Ich kann zum Beispiel sagen, hier schießt mal da drauf Macht's mal hier richtig, richtig komus So Schönes Tungebülle So So Was der natürlich machen könnte Wäre vielleicht, aber wie weit braucht der? Ah, der muss dann Ne, da muss der in den Radius Nö, das machen wir nicht Wir haben hier natürlich noch einen Der ist auch gut Das sind halt die Magier, ne Ja, die Magier ist natürlich die Prachtel Der hat auch sein Traum, der ist Kann er mal trinken? Ist jetzt egal, so So, Kasarn, der Schwarze Arche wegballern Schöner Schaden, ja Das tut gut weh So muss das, ne So So Gut Dann da noch drauf Die Frage ist, wenn die Kanonen hier hinfeuern, machen die dann Schaden am Tor? Ja Ist schon wieder mal gespannt Ready, ready Ich könnte mir den Katapulten mal hier sehen gehen So Kanonen schießen Maybe Hallo Oh ja, das macht guten Damage, okay Okay Ja, schießt weiter Macht's den Turm kaputt Und den vielleicht auch noch Ja, gut Moment mal, ihr solltet da nicht alleine feuern So Schön Also ich kann halt mit ALT hier so manuell sagen, wo sie hinfeuern sollen Na ja, und das ist ganz gut Der ALT-Taste ALT-Taste links Die ist bei mir so abgegriffen, dass man nur noch das Licht und das X, das da drunter ist, sieht Das ist echt krass So So Den Turm noch kaputt machen Geht ja zügig So Ja, da könnte noch ein bisschen feuern Da könnte noch ein bisschen feuern Ist blockiert Aha Da geht's mal da so hin Also bisher würde ich sagen, schaut das gut aus Vor allem, weil da auch immer neue Truppen auf die Mauern stellt, die ich dann abschießen kann Das ist halt dieses Ding Na so, die sind jetzt komplett zerstört, wieder gebrochen, hauen wieder ab Auf Wiedersehen, tschüss, das war's So Können wir da noch mit drauf feuern So, ihr solltet ja eigentlich diese drauf schießen, ne, damit der Turm kaputt geht So Genau So, wieder blockiert Können sie hier so feuern? Können sie hier so feuern? Ah ja, die können auf die Turm, wow, wow Okay Ja Ja Aha Gut Treffen die denn da überhaupt? Die feuern sehr seltsam Da hat's noch was, Schreckensperre Okay So, was ich jetzt machen würde, wäre die Katapulte nach vorne schieben, damit ich die Schnittersperre schleudern und den Kran hier noch kaputt machen kann Dann den Rest hier zauberere ich kaputt Das müsste eigentlich problemlos gehen Und dann schauen wir noch was wir noch schauen, ich glaube ich muss das gar nicht schießen, das sieht gerade ganz gut aus So, okay So, ja, die können da halt trocken schleudern bitte. Die müssen weg. So, die Warp-Kanone. Und noch da noch mit Damage. Komm. Boom. Und damit ist der Turm auch weg. Sehr schön. So. Der ganze Rest kann jetzt mal... Moment mal. Vielleicht nicht. So. Der Rest kann nach vorne. Man muss das halt alles ein bisschen... Das ist halt eine echte Belaberung. Man muss so ein bisschen strategisch... ein bisschen geduldig... was anständig machen, aber dann geht das schon. So. Da nochmal schön Schaden machen. Ja, wenn die halt so rumlaufen... Das ist immer das Dode. Feuert irgendwas zu Glück? Irgendwas feuert. Ich weiß noch nicht was oder auf wen. Da ist irgendwas, das feuert. Macht mir die Kanonen kaputt. Hey. Aber was? Da hat nichts mit... Ah, das sind die Splitter, die noch. Die leben noch? Alter, macht sie kaputt? Wo? Ich dachte, die wären zerstört worden. Wurden sie wohl aber nicht. Also die müssen weg. Das ist ja ganz böse. Ja, der hat die noch. Jetzt haut er ab. Jetzt ist das. Warte mal, vielleicht kannst du... Du nicht. Braucht nicht mehr. Braucht nicht mehr. Ja, jetzt ist vorbei. So, jetzt haben wir so viel Schaden gemacht, wie es ging. Mit den Dingen. Und gut ist. Ja. Passt. Ich würde das Tor gerne noch kaputt machen. Einfach, dass ich da durch kann, wenn es ist. Gut. Okay. Ähm. Dann. Hier geht's hoch. Ihr stellt euch hier hin. Hier dahinter. Du kannst vor. Du kannst vor. Du kannst vor. Du kannst vor. So. Der Rest wartet hier. Irgendwas schießt er. Ja gut, hier geht man doch runter. Ja, ist egal. So. Ähm. Was ich jetzt machen kann, ist natürlich hier irgendwo... Was ist das? Schaden, 100 und Explosiv. Okay. Die Reiter werden da sehr anfällig. Vor allem, weil wir sind... Sturmraten, Hellebaden, sage ich. Okay. Ja, zauber das mal. So. Dann zauberst du das hier. So. Oh ja. Das macht schönen Schaden. So gefällt mir das. Okay, er hat ein Höllenfeuer, irgendwas... So. Und hier können wir einen schönen Vortex reinsetzen. Der wird richtig Damage fahren. So, schaut's mal. Boah. Boah. Das... Boah. Das... Alter. Hallo? Was geht denn da ab? Holy shit, man ist das stark. Was? Okay, Seuche ist brutal broken. Das klingt so schwach. 6, 7 damage. Au, wow. Das ist ja gigabroken. Okay, gut. Die alle. Die können jetzt reingehen. Die auch. Die Zauberer lasse ich noch draußen stehen. Na, der kann nicht, das ist egal. Gut. So, ähm. Einfach mal irgendwas buffen. Was ist das da? Der steht jetzt hier ein bisschen gefährlich. Den muss ich mich kümmern. Scrooge, du müsstest da mal reingehen. Versengeln. Hat auch Schaden, aber... Der Sieg ist nahe, ja, der Sieg ist super nahe. Also das war schon stark, aber Scrooge mit seiner Seuche hat mich jetzt komplett weggebellert. Das war ja super. Das ist ja auch. Das ist ja super. So. Du kannst das natürlich zaubern. Klar. So, mach drauf mal. Das ist ein bisschen ein halt. Okay. Die müssen halt jetzt hier drauf gehen. Das ist eine Todeshexe. Das Heere Mondschatten. Er ist ein Zauberer. So. Das tut ein bisschen weh. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich muss halt wirklich einfach hier drauf gehen jetzt. Das ist ganz wichtig, dass ich hier schnellstmöglich drauf gehe. Die Skroy kriegt gerade richtig aufs Maul. Das ist nicht gut. Der ist schon sehr low hier. Du musst ihn halt weggehen. Ich könnte noch ein paar Leute rufen, aber trotzdem musst du dich zurückziehen. Das wird ganz dringend. Bevor du noch stirbst. So. Aber es müsste, es müsste geschafft sein. So gut. Ich weiß nicht, warum du so viel Schaden hast. Das gefällt mir gar nicht. Hau mal runter. Ja, du kannst deine Leute noch durch ein bisschen fahren. So. Ich warte jetzt ab, bis die alle weg sind. Obwohl, der Skroy regeneriert noch ein bisschen. Das nehme ich jetzt noch mit. Das passt. War man ein bisschen knapp? Ich habe doch noch ordentlich Schaden genommen. Ist aber in Ordnung. Ich kann das jetzt ausrauben. Ah, scheiße. Ausrauben. Das gibt gut Geld. Und kann ich zwei Tunnel bauen, die ich irgendwo dringend benötige. Muss ich mal gucken, wo. Ausrauben. Unterstart. Und dann wieder, zumindest mit einem, in Plünderstellung gehen. Ja. Mal schauen. Mal schauen. Irgendwo muss ich mich heilen. Vielleicht wieder auf hoher See. Das weiß ich noch nicht. Das muss man mal gucken. So. War auf jeden Fall gut. So, das hat jetzt ordentlich Nahrung gegeben. Dankeschön. So, und wir plündern das natürlich aus. So, es gab richtig schön Money. Dann. Unterstart. Na, ist klar. So. Das heißt, Nahrung, dieses Teil, und dieses Teil, weil das kostet auch schon wieder Nahrung. Guck. Das kostet Nahrung, das kostet Nahrung, und bin ich wieder bei plus minus null. Aber ist eine Investition. Ist einfach eine Investition, muss man ehrlich sagen. So, plündern. Weil. Ja, und Tunnel. Weil, ich kann dann hier Nahrung besorgen, dann kriege ich das da, und das da vielleicht irgendwann noch. dauert halt ein bisschen. Außerdem, wenn ich Glück habe, zählt das als Neben, äh, als, als, aber das weiß ich nicht. Ich gehe auf jeden Fall hier weiter nach oben. Ja, gefangene 25. Ohne die 25 bin ich immer noch im Minus. Das ist krass. Also, als nächstes Mal werde ich wieder um 5 runterrutschen. Ja. Ja. Okay. Ähm, das gibt keine Nahrung. Nope. Macht nur öffentliche Ordnung. Habe ich nicht gesagt, ich möchte das da machen? Hatte ich eigentlich gesagt, ne? Das macht Nahrung? Also, obwohl, äh, plus, ja, ja, ich brauche gerade Nahrung. Plus eins. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Genau. So, kann ich irgendwo noch Nahrung bauen? Hier nicht. Hier nicht. Hier könnte ich. Ist aber riskant. Aber mal schauen. Hier könnte ich safe Nahrung bauen. Aber, hier möchte ich eigentlich, obwohl, oder möchte ich es eher hier haben? Hm. Okay, bevor ich es hier baue, baue ich die Nahrung lieber hier. Das passt schon. Okay. Also, solche war mega strong. Hätte ich nicht gedacht. Das will ich haben. Das hat mich so überzeugt. Weil, vor allem, es hat halt auch Schaden gegen die Dunkelelfen gemacht, die normalerweise sau stark sind. Mit ihrer bescheiden blöden Rüstung. Aber, ja, das hat mich jetzt komplett abgeholt. Also, die Seuche war so stark. Okay. Gut, weiterschauen, weiterschauen. Mal gucken, was geht. Ich brauche mehr. Ist da? Ja, Nahrung ist weit weg. Ist egal. Mag greif, kann herkommen. Spielt keine Rolle. Ich glaube, die greifen mich bald an. Oh ja. Aber ich habe eine Idee. Ich lege einen Hinterhalt. Oh oh. Loll. Wow. Plus 10 von 17, 100 Prozent. Also, die haben extrem krasse Wachs. Was gut ist, ich kann jetzt Grimgork überfallen. Er steht direkt neben mir. Das wird ihm nicht gut tun. Das heißt, ich hau Grimgork ins seine Eier mit der Schreit. Geld, Nahrung, klar, das übrige und dann plünder ich hoch und geht zum Todesklamm. Ich muss unbedingt Nahrung machen. Nahrung ist so wichtig, man. Ich brauche mehr von diesen Nahrungsgebäuden. Brav, du mich anrufen. Ja, Nahrung ist wichtig. Mehr Power, ja, ja, ja. Gut, was ich noch machen wollte, ah, hier gibt es zwei Nahrung, gut. Okay. Was ich noch machen wollte war das hier. Kostet Geld, aber ich brauche die Nahrung. Ich kriege jetzt für 5 Runden, 10 Nahrung plus. Ist teuer, aber geht einfach nicht. So. Und im Plündermarsch gehen wir jetzt hier weiter. Genau. Das würde 5 Runden dauern. Das ist besser. Ich blündere mich da durch. Das geht schon mal. Spaltenruf ist auch nicht schlecht. Angeblich. Ist halt ein Prophet, der muss nicht kämpfen. Vielleicht hierfür irgendwann, aber ja, gut, okay, das macht Sinn. Hält ein bisschen mehr was aus. So. Gut, Quiek nicht bewegt. So. Der hat das. Boah, Bogenschützende Lavaspinnenreiter. Die sind gefährlich, ne? Oh ja. Quiek will come for you. Should kill when get get chance. Normal verteidigen wir ja nicht. Normal wollen wir ja angreifen. Okay. Ist halt die Frage, traue ich mich mit der Armee? Sie ist nicht schlecht, aber ist sie gut genug, weil er hat, er hat 20 Truppen. Ja, 16. So, er hat 16. Nein, die Goblins sind egal. Das, das alles. Hier, 2, 4, 6, 8, 11. 13, 15, 17 Truppen sind egal. Das heißt, schlimm sind 1, 2, 3. Ja gut, die Goblin will, ja, ja, das geht schon. Und hinterhalb, ja, okay, easy. Nein, halt, ja, okay. ich wollte es eigentlich spielen, aber ich wollte es aber, okay. Ähm, einnehmen. Genau, hier machen wir wieder eine Unterstadt. Ja, ausrauben, tiefenreich, bumm. Wow, hat der weit runter, ach so, wegen dem Charakter. Dann machen wir hier nur, nur Nahrung, sonst geht es. Okay. Das Problem ist halt, schaut mal, wenn ich hier immer baue, das kostet Nahrung, das kostet Nahrung. Wenn ich die baue, so, und die Tunnel, die kosten keine Nahrung. Plus das, dann bin ich bei Plus Minus Null. Das ist okay. Wenn ich bei jeder tiefen Stadt auf Plus Minus Null kommen würde, dann hätte ich nur noch den Armeeunterhalt und den Siedlungsunterhalt zu sein. Das sind 26. Die würde ich dann nicht durchs Tiefreich bekommen, aber durch Gebäudetechnologie und ein bisschen plündern. Das heißt, ich muss gucken, dass ich überall die Nahrung hinbekommen. Weil hier bin ich dann bei Plus Minus Null. Ne, hier mache ich Plus aktuell dann sogar. Aber ich muss überall auf die Nahrung kommen. Das ist wichtig. So, aber hier, das kostet zwei, das macht zwei, Plus Minus Null. Mir fehlen noch 24. Boah, das sind zwölf Ausbauten. Zwölf mal 5000. Sick. Das kostet Geld. Okay. So, hier zum Beispiel Nahrung bauen. Hier wäre auch noch mal Nahrung bauen, aber das geht gerade nicht. Hier auch. Nahrung. Ne, warte, hier? Ich glaube, das hier muss mal weg. Äh, in der Krummzahnfeste. Da gibt's auch nur noch das Dingogratz. Genau. Obwohl, warte, es gibt noch Morgheim, ne? Morgheim. Karagaskal. Karagaskal. Morgheim. Karagaskal. Okay, wo ist Karagaskal? Das ist hier. Warte mal. Krummzahn, Karagaskal. Ah, ne, dann behalte ich's noch. Krummzahn, Karagaskal. Dingo-Kratz. Krummzahn, Karagaskal. Krummzahn, Karagaskal. Ja, okay. Das heißt, hier behalte ich's noch. Irgendwann muss ich hier meinen Tunnel bauen. So, Forschung verfügbar. Loyalität, öffentliche Ordnung. Das ist fucking mega stark. Kann ich mir nicht leisten. Machen wir. Boah, 25 mehr Munition. Also am Prozent. Boah. Boah. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie das dann knallt. Untrusted Worm. Poison after. Seuche, Seuche, Seuche. so stark. Oh ja, ein Traubwist. So, was haben wir noch? Wollte ich das noch? Armee des Helden. Oh, ist'n schlecht. Für den gibt's noch viel, was ich machen könnte. Trefferpunkte. Clanratten. Und ich hab'n paar, aber die kosten eh schon nix. wenn die Redguards Clanratten wären. Ich könnte mal googlen, aber ich glaub, ich glaub, dass die Redguards eine SFO-Einheit sind. Ich weiß es aber nicht. Skaven Redguards. Clanratz? Fragezeichen. Redguards. The Storm of the Redguards Stormvernment. Schade, schade, schade. Sind keine, sind keine Redguards. Also sind's in Stormvernment. So wie's ausschaut. Ah, bedauerlich. Na gut. Okay. Gut. Hier noch schnell rein. Okay, whatever. Gut. Gut, gut, gut. So. Also der ist fertig. Der ist fertig, der ist fertig. Noch einen und unzugewiesenen Wieso nicht? Ich kann noch mal reißen. Stinks like a gracia. So, da muss man halt auch immer wieder mal nachschauen, ne? Ratten-Oberart. Okay. Gut, passt. Schau mal weiter. Hab ich jetzt hinten zugemacht? Ne. Okay, gut. Der Hackreif ist ziemlich am Popo. Ich muss immer noch die beiden Quests machen, I know, aber ich komm grad nicht wirklich dazu. Deswegen lass ich's auch einfach. Mal gucken. Ah, das hab ich vergessen. Ja. Das ist jetzt ganz gefährlich. Das ist jetzt echt ätzend. Ah, was für ein Mist. Ah, das ist vergessen. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja, da muss... Der muss jetzt wahrscheinlich zurück, der gute Quik. Ja, das hört's halt auf. Die ganzen Charaktere da. Ist halt krass, dass jeder von denen irgendwie das hat, dass er das Tiefenreich entdecken kann. Das ist heftig. Wenn da noch mehr Leute kommen, dann entdeckt er das instant. Schaut's wieder kaputt. Aber gut. So. Aber ist interessant. Jedes Tiefenreich sollte plus minus null gebaut sein. Hab ich voll verpatzt. Ich hab halt immer gesagt, ja, mach Geld, mach Geld, mach Geld. Und dann stehst du da und hast keine Nahrung mehr. Morheim! Sehr schön. So, Morheim steht hier. Gabalatz, Morheim. Drachen-Dings-Minen. Bitterstein-Mine. Okay. Schwarze Golf. Erstmal die Nahrung fixen. Erstmal die Nahrung fixen. Und dann sehen wir weiter. Kein Geld. Aber irgendwo müsste ich noch ein Gebäude bauen. Hier nicht. Hier wird der Tunnel bald fertig. Moment, der Tunnel wird fertig. Passt. Dann können wir hier das bauen. Ja, gut. Passt. Okay, ich mach jetzt erstmal, ich geht's... Genau, hier wird der Plünder. So, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Plündern und plündern. Doch, da will ich lang. Das Ding ist hier so viel Wald, da tust du schwer hinzugehen, aber das geht schon. So, der da. Und das ist jetzt das Problem, weil er ist... So, wenn ich hier angreife, kämpfe ich gegen drei Stacks. Und das macht's verdammt schwierig. So, ich könnte aber sagen... Na gut, aber der hat ja nur Garbage. Ja, das geht. Das geht, das geht. Habe ich nur drei Waffenteams? Okay, ich habe nur drei Waffen. Das ist alles seltsam hier. Ja, das ist ein Zauberer. Zwei Zauberer. Okay, inwiefern das Sinn macht, weiß ich nicht. Aber... Okay. Strange. Ah, das ist ein Warlock-Techniker, oder? Ja. Das müssten Warlock-Techniker sein, oder? Der hat keine Ahnung. Ah, hätte ich fast große Armee steuern können. Hätte ich mir vorher anschauen sollen. Weil da hätte ich mehr Katapulten... Ja gut, eins. Ah, es gibt sich nicht. Der Streitwagen wird durchbrechen wollen, aber da darf ich hier mit meinen Sturmratten und dem Rest und ich habe die Waffenteams. Ich muss mal gucken, ob ich die Waffenteams irgendwo gut aufstellen kann. Hier zum Beispiel. Sollte dadurch kommen... Es kommt drauf an, wo seine Verstärkung rauskommt. Wenn die hier unten rauskommt, dann geht's. Wenn nicht, dann nicht. Ja, perfekt. Perfekt. Genau. Rattling Gun. Das heißt... Auf die muss ich nur aufpassen, aber die sollten nicht plänklern. So. Das. Und das. Genau. So, dann haben wir hier noch ein paar Clan-Drahten mit Speer. Die Deffen halt vorne und das so. So. Doch, das ist ein Warp-Lauf-Warp... ...Lockmeister. Perfekt. Und das ist ein Magier. So. Was ich jetzt mache, ist... Ich schicke die so hier hin. Und die so hier hin. In der Hoffnung, dass die da was sehen können. Und die halte ich auf und ich habe sogar die Warp-Bombe. Das ist nochmal besser. Richtig nice. So. Das heißt, wir rennen hier jetzt in die... ...in die, in die Dienstleute rein. Perfekt. So. Ich hoffe, dass die Katapulte dann feuern können. Und was ich auf jeden Fall machen möchte, ist... ...checken, wie das mit den... ...Rattling-Dingsons funktioniert. ...weil die müssten sich... ...ganz im Ernst, wenn die hier stehen... ...und die stehen drunter. Ich muss sie nochmal reinschicken. ...egal. Katapulte... ...feuer. Ihr seid schon viel zu nahe. Das ist echt sackgefährlich. ...und wie die zu verletzen, weiß ich nicht. Das ist aber okay, whatever. Okay, ist aber okay, whatever. So, Rattlings, feuert mal. Feuert. Jetzt laufen die wieder. Ich check die Rattling-Guns nicht. Leute, die sind so broken schlecht. Die sind so garbage. Oh, ich spiel das so beschissen. Verdammt. Geh bitte wieder an eure Kupke gehen. Oh man, Leute. Ich weiß auch nicht. Geht's doch um die Katapulte, oder? Geht's doch nicht so. Gut, hab ich vergessen. Ohhhhhhhhhhhhhhhh, jetzt komm, wir schafft die. Okay, okay. Gut, das muss man halt machen. Ne, ist halt... Ist halt nicht so easy. Ich hab's mir leichter vorgestellt, aber... ...die Karin macht hier echt einen Strip. Ja, lauf, 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 lauf! Einfach laufen. Laufen? Ich krieg den Angriffsbefehl nicht durch. Auch geil. Warum lauft ihr denn nicht? Oh man, sind die dumm im Kopf. Laufen, laufen, laufen. Wir schießen da jetzt. Einfach böllern. Das kann doch so schwer sein. Jetzt kommen die schon wieder ab, Mann. Gut, ist halt ne schwere Schlacht. Ist halt ne echt schwere Schlacht. Das ist halt so. So, macht sie jetzt irgendwie damage oder nicht? Der ist geletzt. Warum auch immer. Zurückziehen. Dann nimm die Katapulte. Ja genau, da hinten hinzufeuern ist gut. Schön da hinten drauf. So. Genau. Obwohl die Katapulte kommt auch da drauf. Ja du bleibst da. Du bist da lang. Hallo, ich würd gern diesen Button klicken. So. Geht da jetzt was. Was? Wie haben wir noch Schwerträger und so einen Schwachsinn? Oh. Kultivarpombe. Man muss halt Leute töten. Ja. Get rid of your faith. Ist einfach so. Manchmal muss man halt Stuff verlieren. Das fällt dazu nicht. Dass da drüben dieser Zauberer noch lädt. Es ist halt ein verdammter Zauberer. Dann greift dir das Playclaw. Das ist mir zu schwer so. Was? Was? Quick, quick! So weit braucht es ja gar nicht gehen. Wir können einfach nur hier hin. Skelettkrieger, Storm Vermin, whatever. Ja, ja. Rafflinggun. Attack! Attack! Machst du den König kaputt. So. Was haben wir hier noch? Noch mal wieder. Weg! Wollt ihr bitte endlich? Was ist jetzt hier noch los? So. Nimmst du die wieder? Danke. Jetzt haben sie Angst und sind totet. Oh. Aha. Kann das so schwer sein, einen Zauberer da zu töten? Ich meine, ein Hellebaden, mega Infanteristen. Okay, verstehe ich ja. Aber der Rest macht gar keinen Sinn. So, das macht gerade auch keinen Sinn. So. So. Please. Aber sie werden ja schon wieder hier weggebellert, oder? Hochschießen können die nicht so, oder? Ja, da passiert schon wieder komplettes Hellmary des Todes. Hier ist nur Schwock. Was ist denn da jetzt noch? Mein Schep ist noch drüben. Bist der? Da. Voll egal. Nein. So. Neuner seitlichen Kamen. Die können jetzt hier endlich Schaden drücken, oder wie? Ich höre das Ohr nach. Noch so einmal. Ich habe ja ein Problem mit meiner... Wenn ich die weghauen kann, wird das ja echt gut. Was? 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 Mach jetzt mal Damage. Mach jetzt mal richtig Damage hier. Kommt schon. Aber macht's halt auch gescheit, ok? Richtig schön Schaden, da lang. Na los. Mach's dir kaputt. Mach halt gar kein Damage irgendwie. Ich meine die haben auch Schilde, ne? Da ist natürlich... Aber eigentlich haben die Shieldbreaker, oder? Ne, die haben Unterdrückung. Ich dachte die hätten Schilde. Ne, die Gisels waren das. Also krasser, krasser Fight. Aber ich kämpfe ja auch gegen 3 Stacks, aktuell von dem her. Pick off. So. Ja gut, so langsam machen die Röttling Pflanzen schon ein bisschen aus. Ist ok. Da sind sie noch. Ja, stell dich mal auf. Mal los. Kommt noch mehr. Alter, es nimmt kein Ende. Jetzt sind das für einen Header aufklaren worden. Und er schafft es. Ja. Du solltest da ganz schnell weg. Hallo. Mach jetzt bloß nicht ab. Okay. Okay. Das sieht ja schon ganz schlecht aus. Zum Glück habe ich jetzt so haltungsverstanden, wie diese Röttling ganz funktionieren. ganz im Ernst. Ja gut. Die Army-Loss-Penalty ist halt noch nicht ganz da. Da fehlt noch ein bisschen. Aber noch gut. Hat der das jetzt endlich... Der hat's geschafft? Geil. Nach vorne. Ja. 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 Was ist das? Ja da. Ja. 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 Gib heraus. Minuten. Stopp! Detürflichkeit, ich sehe nicht SieOME großartig. Sie komme. Nein, bitte. Okay. Sieht glaube ich ganz gut aus. Müsste passen. Munition geht halt zu Ende, aber da ist noch ein guter Stand zum Fall. Jetzt kommt auch nichts mehr nach. Ich glaube ich habe es jetzt geschafft. War natürlich mega knapp wieder. Das ist sehr anstrengend und alles, aber hey. So, die ganzen Clanratten, die jetzt haben wir. Okay. Also die haben natürlich jetzt schon ein bisschen Schaden gemacht, die waren nützlich. Gegen die Katapulte kommt halt nix ab. Das sind halt hunderttausend Schaden. Ist das eine Fake-Ratte? Das ist eine Fake-Ratte, oder? Das ist halt das Coole. Man kann die Bombe auch auf beschworene Einheiten machen. Das ist halt dann echt, echt zur Sache gekommen. Das ist ja echt nützlich. Lauf da. Okay. Okay. Geschafft. Teuer. Aber geschafft. Wir haben alle drei Armeen vernichtet. Ihr könnt es mal aufhören. Hallo? Hallo? Jetzt mal. Ja, eine Clanratte mit Speer ist vielleicht gestorben. Gut. Ist jetzt echt nicht so wild. Schaut mal. Wir haben 900 Ratten verloren. Und haben halt über... Über... Das sind 2... 5... 5... 4... 7.000. Knapp 7.400. Noch was Skelette. Zurück in ihre Gräber gestoßen. Und das ist halt schon richtig nice. Die vielen Helden waren ein Problem, aber das meiste waren bloß Zauberer. Ja, das geht. Ein bisschen Nahrung. Okay. Ein bisschen Geld. Okay. Ja, dann glaube ich, nehme ich einfach mal... Das doch. So. Ähm. Ja. Ah, deswegen. Ich konnte nur 3 G-Sails bauen. Deswegen habe ich das so gemacht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Alles gut. Alles vernichtet. Easy. Das Gute ist, jetzt muss er nicht abhauen. Der gute Queek. Weil... Der gute Queek kann jetzt weitergehen. Ich könnte... Ja. Moment. Das ist halt gefährlich. Boah. Das ist saugefährlich. Ich glaube die Armee ist stärker als meine. Er hat nämlich einen starken Magier. Und... Und... Oh, das ist zugef... Das ist... Boah. Leute, ich weiß nicht. Kann ich das schaffen? Also alles, was große Armeen sind. Also im Wald ist halt saugefährlich. Obwohl, ich könnte mich hier in den Wald stellen. Vielleicht rennt er nämlich hier so runter. Moment. Hier ist besser. Weil dann kriege ich hier die Ecke noch, wenn er da hin möchte. Wahrscheinlich wird er hier lang laufen und dann wieder rüber teleportieren. Aber erstmal ist es eine Chance. So. Nahrung schaut jetzt natürlich besser aus, weil ich jetzt hier diese ganzen Nahrungsdinger habe. Auf Dauer ist es aber eher keine Sache. So. Das Gebäude brauche ich unbedingt. Und dieses Gebäude willst du eigentlich auch überall haben. Das hier musste ich noch bauen. Ja, aber du machst mit Clanratten nichts. Das ist halt alles... Dumm. Brauche ich nicht. So. Gold haben wir hier. Das Gebäude macht Sinn. Eschen Zauberer, Assassine. Ja. Eschen Triaden. Geht so. Geht so. Ich meine, ich könnte es hier hin bauen. Geht so. Aber ganz im Ernst. Ich glaube, das hier macht viel mehr Sinn. Braucht aber wieder Nahrung. Oh, fünf Nahrungen. Ja, dann bauen wir erstmal das da. Ich meine, das Nahrungsgebäude, das Komponente, das Komponente, das Komponente, das kommt später noch. Äh, das Goldgebäude. Ist einfach so. Kann ich jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht krass auf dieses Nahrungsgebäude gehen. Na ich später. Irgendwann später und gut. So, sind die fertig. Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Erstmal die Nahrung hoch. Du musst halt wirklich. Aber das ist gut, dass ich mit diesen beiden Erlassen, Erlassen, Erlassen Nahrung generieren kann. Das ist echt gut. Das ist halt wirklich, wirklich gut. So, Grimgor, wo läufst du dann? Aha. Aha. Perfekt. Das ist jetzt perfekt. Weil jetzt kann ich seine, seine, oh ja. Okay. Wir nehmen ein paar mehr. Mhm. Wir machen natürlich Blitzschlag und der geht rein. Wie schaut, wie schaut der Hinterhalt aus? Perfekt. Genau das dachte ich mir. Das kann ich machen. Das sieht sehr gut aus. Ich kann, je nachdem wo sein Wack ist. Ich weiß nicht, wie genau die Wacks funktionieren. Aktuell muss ich mal, na gut, ich werde es herausfinden. Ich werde es herausfinden. Dann sehen wir schon. Aber ich kann die KI wieder wegschießen. Und ich glaube, das ist auch absolut nötig. Ansonsten habe ich hier keine Chance. Mal gucken. Vielleicht rennt er mit den Reitern auch komplett in mich rein und Aua. Aber mal sehen. Okay. Erstmal das da. Wow. Schön. Schön. So. Sperr-Chuckers, Sperr-Chuckers. Okay, er rennt da lang. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Dann kann ich mich hier zum Beispiel aufstellen. Genau. 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 Ja. Okay. So irgendwie. Nur für den Fall der Fehler, dass er halt mit Reitern wirklich stressen möchte. So ringsrum, ne. Du bist ein Warlock. Ja. Dann gehst du da hin. Damit du alles buffen kannst. Plague-Priest. 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 Okay. Da haben wir noch die Just-Sails. Die haben... Schleichen. Okay. Aber da sind sie sehr anfällig. Hallo? Äh. Äh. Na gut, ich glaub, hier stehen sie ganz gut. Oder? Oder was meint ihr? Ihr könnt mir jetzt nicht antworten direkt, aber... Ja. So. Und das Waffenteam? Na gut, das wird nicht viel machen in der Schlacht, glaub ich. Aber schauen wir mal. Okay. Ja, gut. Gut. So. Ich hab ne kurze Pause gemacht. Das glaub ich ist ganz interessant, wenn auf einmal die Kamera anders ist und dann blub. Das... Hm. Ich glaub das fällt auf. Kurz was nachgeschaut. Ähm. Okay. Nein. So. Ich werd natürlich erstmal die Chookers angreifen. Die Steintrolle... Ehrlich. Aber die Chookers. Ich hab sondern... Wie. Davon. So. richtig. Und Doom! Naja. Okay, das ist sehr gut. Die haben jetzt gut Schaden gemacht. So, jetzt ist nur die Frage, wird er angreifend oder nicht? Ich sehe seinen Wack nicht. Ich glaube, das kann er ja später rufen, oder? So, ich warte erstmal ab, ob er stehen bleibt und nichts mehr macht. Huch! What the fuck? Wow, 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 wow! Wow! Das war jetzt aber sehr riskant. Das war jetzt ultra riskant. Hey, was sehen die? Was schießt da? Okay, ich frage mich, ob ich hier... Wahrscheinlich verschwinden die zu schnell wieder. So, just say it. Die haben Shieldbreaker. Greifen auf die Steintrolle an. Ist eher verschwindet, oder? Die Munition. Ja, die sich halt auch regenerieren. Probieren wir's aus. Whatever. So, der kann die alle buffen. Ist die Frage, ob das Sinn macht, auf die Steintrolle anzugreifen. Oh ja, doch. Ja, okay. Also, die KI ist wieder komplett los. Gut. Schön. Da kommt was. Ja, gut, das stimmt aber weg. Also die snipen hier schon gut rum. Ich habe mir die noch nie angeschaut. Diese komischen Wolfswagen, irgendwas. Ja, jetzt sind da Ratten. Ja, jetzt sind da plötzlich Ratten, tja. Ja, gut. Absolute Zerberstung, Mega-Freedom ist total. Wie war dieses Hin und Her mit den ganzen Reitern? Oder Edson. Wenn man rennt dem halt entgegen, ist doch voll egal. Ah ja, jetzt greifen die an. Wollt ihr da schießen? Das wäre sehr schön. Ah, ich habe die Warpbombe in der Ferne sogar. Dann war das dumm. Er greift da an. Du greifst da an. Der Plague-Freedom macht auch mit. Einfach um sicher zu sein, dass hier kein Schwachsinn passiert. Weil auf Schwachsinn habe ich einfach keinen Bock. Das habe ich nicht ganz ehrlich. Ich mache sie überhaupt nicht. Warum macht das die auch mal? So. Sehr schön. 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 Hornetwack, Plattair! Sehr schön. Wie war es das? Human Destruction? Kleincast. Ja, was will er jetzt noch machen? Er hat ja nichts mehr. Wo ist denn ein Wack überhaupt? Ich hab das nicht verstanden mit dem Wack. Ich dachte, da kommt er ins Rücken. Vielleicht kann das aber auch nicht rufen, weil ich ihn geambusht hab. Wer weiß, wer weiß. Er ist noch auf die Steintrolle. Hier müsste er auch einen guten Schaden nehmen, oder? Oder halt nicht. Das passt schon, das passt schon. Ah ja, Spinnenschlüftfläge, die kann haben. Na los. So, weiter schön auf die Steintrolle. Ich glaube, jetzt kann ich dann so langsam mit allem, was ich hab, draufgehen. Nur die Two Sails nicht. So, der Wursacht, der wird zaubern. Das kennt man ja schon. Aber auch relativ egal. Der passiert jetzt einfach. Ja. Da warte ich noch, bis die Gruppe kommt für den Duos. Eigentlich könnte er die jetzt mal auffangen. Der kann nicht gebufft werden. Warte mal, wieso? Wieso kann... Ja. Fein. Ah, nur Kommandanten und Helden. Na, macht's die kaputt. Eigentlich. So. Und ihr verfolgt halt den da. So ein paar Leute, wenn halt den da... einfach mal mit der abhaut. Na. So. Dann ruf's irgendwo drauf. Klatschen. Klatschen. So, der hat ab. Ja. Wenn wir Glück haben, bekommen er den noch. Ich glaub's nicht. Der schießt sehr schnell. Aber... Gewonnen. Überfall. Viel vernichtet. Ja, das sind gut. 60% seiner Armee. Glaub ich. Ich hab jetzt nur überschlagen. Schau mal mal. Rechnen wir mal. 9, 3, 5 durch 1, 6, 4, 1. Ja, 56, 57%. Knapp 60. Ne gute Schätzung. Ne gute Schätzung, würd ich sagen. Passt. Schön kaputt gemacht. So. Das gibt natürlich wieder Nahrung. Und... Oh, Geld. Und wie das Geld gibt man... Geld ist ganz wichtig. Gut. Okay. Die machen das kaputt. Oh nein, das wär doof. Ah ne, die plündern wir. Ah. Die machen alles kaputt. Eigentlich müsste ich denen den Krieg erklären. Den blöden Beastman Dingsels. Damit die mir nicht die Unterreiche zerstören. Ah, ich hab jetzt bei Todesklamm Unterreich gebaut. Wenn der jetzt nicht plündert, sondern angreift, dann... Ripp. Naja, mal schauen. Bisschen Geld gibt's da. Jetzt haben wir da Nahrung. Da die Nahrung jetzt wieder gut steht, können wir ja hier wieder zurück auf... Nahrung jetzt nicht mehr. Ah. Deswegen kostet es so viel Nahrung. Da geht acht Nahrung drauf. Durch... Durch... Ähm... Siedlungsunterhalt. Deswegen. schwierig egal noch wieder steuern kann man ja hin und her switchen ist egal es gibt das berg auch noch braucht unbedingt mauern das ist so wichtig weil da da ist ewig nix wenn der mal angegriffen wird da will ich mauern haben dass ich selbst stehe so ich sitze gerade sehr gut wie ich gerade eine kamera sehe ist mir jetzt aber auch egal denen kann ich kein krieger klären ja sonst bin ich plötzlich ich meine es könnten mir scheißegal sein ich habe mit niemandem beziehung naja ja nee sollte ich nicht riskieren die sind schon stark ich meine ich kann sie wahrscheinlich weg böllern aber so wo gehe ich jetzt lang gehe ich jetzt wirklich richtung karak 8 gipfel und holen wir das ich meine ich brauche laut ich muss auch viel bekommen da ist okay es wird so schwer okay wo geht es als nächstes lang der gute krieg das ist mega viel geld aber da kriege ich schon so viel geld schau 20 1401 1410 noch mal 600 ich krieg hier schon 600 durch das gebäude wenn ich das baue starb gut ich ziehe mich mal plündern zurück einfach damit ich hier wieder replenishment machen dann würde ich mich mit der armee zusammen fügen nochmal hier vielleicht plündern gehen der könnte plündern die plündern die plündern auch noch die plündern die plündern da die plündern der kommt nicht doch weiter hin Ah! Lol! Alter! Kartenwald! Ich frag mich halt, wie die Wachs funktionieren. Ich hab nämlich keinen Plan. Ich hab da legit einfach keinen Plan. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, das ist immer gut. Das auch. Jetzt nehmen wir mal das hier. Seuche, Seuche war so stark. Ich fand's krass, wie gut Seuche war. Also das hat mich komplett... Jo, das macht Sinn. Ich hab viele Schwestern gegessen. Genau. Kann ich irgendwo noch ein Gebäude bauen? Wahrscheinlich nicht, aber... So, zum Glück hab ich geguckt. Okay. Ich würd jetzt sagen... Dass ich jetzt so langsam Ende mach. Sind ja dann doch wieder... Zwei Stunden. Ja, nicht ganz, aber... Es reicht einfach mal wieder. Genug... Genug passiert. Genug gemacht. Ach. Tu's nicht. Ich kann mich zurückziehen oder nicht? Ich mein... Wieso sollte ich das verlieren? Das verliere ich nicht. Das gewinn ich easy. Aber nächstes Mal. So. Ich bin hier durch. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschau. Achtung. Achtung. Habsettung. bis zum materiern. Bis dann. Bis dann. Die Wahl. Onze collar. Vielen Dank.